An meine Gedichte Ihr meine, ach, so früh geschriebenen Verse! Ich wußt noch nicht, daß ich ein Dichter bin, versprüht, wie aus dem Brunnen die Fontänen und Funken aus Raketen sind. Wie Teufelchen im Tempel eingedrungen, habt ihr Roh und Weihrauch aufgemischt, vom Tod, ihr meine Verse und von Jugend, die niemand liest und niemand spricht. Im Staub der Läden stehen sie alleine, niemand nahm sie, nimmt sie je zur Hand. Es gilt für sie, was gilt für gute Weine. Ihre Zeit wird kommen, irgendwann. Ihr meine, ach, so früh geschriebenen Verse! Ich wußt noch nicht, daß ich ein Dichter bin. Zvetajava, die schon von Kindesbeinen andichtete, veröffentlichte bereits als knapp 18-Jähriger auf eigene Kosten einen Gedichtband, der ihr aber schon einiges an Anerkennung brachte. Ein zweiter Band war auch bereits vor diesem Gedicht erschienen. Versprüht, wie aus dem Brunnen die Fontänen und Funken aus Raketen sind. Tatsächlich sprühte Zvetajava vor Kreativität. Offenbar mußte sie im jugendlichen Überschwang nicht nach Worten ringen. Wie Teufelchen im Tempel eingedrungen, habt ihr Ruhe und Weihrauch aufgemischt. Sie sieht ihre Gedichte also geradezu als Störenfriede an, die Seelenfrieden und Geistesgewissheiten in Frage stellen. Vom Tod, ihr meine Verse, und von Jugend. Eine gewisse Selbstironie kann man hier heraushören. Fast noch ein Mädchen tönt sie doch gleich von den größten Themen. Die niemand liest und niemand spricht. Auch damals das Schicksal vieler Gedichte. Im Staub der Läden stehen sie alleine, Niemand nahm sie, nimmt sie je zur Hand. Dass ihr kein kommerzieller Erfolg beschieden war, sollte später allerdings nicht an mangelnder Anerkennung liegen. Es gilt für sie, was gilt für gute Weine. Ihre Zeit wird kommen, irgendwann. Diese Verse haben im Rückblick einen irritierenden Klang. Zwertajava rechnete in genialischem Selbstbewusstsein damit, daß man irgendwann ihre Kunst schätzen würde. Das war eine mehr als zutreffende Prophezeiung. Allerdings schrieb sie dies Gedicht gerade einer zwar nicht einfachen Kindheit entwachsen, aber einer in großbürgerlichem, wohlhabendem Hause von höchster Geistesbildung. Der Vater war der Begründer des heutigen Pushkin-Museums in Moskau, die früh verstorbene Mutter war Pianistin. Diese Welt wurde vollkommen zerstört und an ihrer Stelle traten Jahrzehnte von unfassbarem Chaos, Armut und Not. Ihre Gedichte standen noch nicht einmal im Staub der Läden, sondern waren verdrängte, verbotene Literatur, die erst 20 Jahre nach ihrem Tod wieder veröffentlicht werden konnte. Bemerkenswert die Vertonung durch Shostakovich, die nicht diese jugendliche Selbstgewissheit, sondern diesen späten Blick auf ein solches Leben zum Klingen bringt. Vielen Dank. Vielen Dank.